Was soll ich so? Kennst du das auch? Was ist der? Du verarschst! Kennst du das auch? BG, ich weiß doch, dass du das warst! Was? Ich war der? Das kann es nicht. Kennst du das auch? Ey, du Dinger, ich muss dir was zeigen, ich hab neue Kopfhörer, Digga. Beats, Alter, was ist los? Guck mal hier. Ja, echt? Zeig mal. Ja, man, gib dir, die sind so geil, der Beat ist einfach so hammer. Warte, warte, ich zeig dir hier. Guck hier, Mann. Nein! Kennst du das auch? Boah, da hab ich Hunger, ey. Gehöl essen, Fleisch ist fertig. Wie viel muss ich denn das jetzt stellen? Nein! Nein, nein, nein! Fuck, ich hab Hunger, wie muss ich die zusammenlegen? Oh, wie lange braucht es im Ofen? Nein! Kennst du das auch? Marc, komm mal kurz. Ich hab dich doch gerade hingelegt. Hallo Leute, ich habe euch hier in der Endcard erwartet. Nein, schon. Ja, hier gelangt ihr zu meinem letzten Video, das bedeutet, wie es sein sollte und wie es wirklich ist. Mit Sven ist es auf jeden Fall cool angekommen, danke dafür. Hier gelangt ihr zu anderen, Scheiße, das weiß ich noch nicht, was ich da reinpacke. Ich fang da immer irgendwas rein, also irgendwas. Ich klicke da auf jeden Fall auch drauf. Und hier gelangt ihr zu dem letzten Video. Das war das, ah fuck, das letzte Just Gaming Video mit Gianni, Fußball Battle und so. Ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch beim neuen Just Gaming und nächste Woche Samstag bei einem Hauptvideo. Falls ihr noch was schicken wollt für mein Postfach, dann blende ich hier nochmal die Nummer ein und ist auch nochmal unten in der Beschreibung beschrieben. Ähm, ja, dazu werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video machen in den kommenden Wochen und es wird jetzt auch mal wieder ein bisschen abwechslungsreicher werden. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Samstag beim Hauptvideo und nächste Woche Mittwoch beim Just Gaming. Ciao!